Hallo und willkommen zurück zu Schönenjahs Let's Plays und dem Spiel Kingdom Hearts 2.5 HD Remakes. Ja, wir haben zuletzt das Geweihte Land, also König der Löwen, abgeschlossen. Und danach war eine Mission im Hades verfügbar. Ja doch, es muss ja der Hades sein, weil der Olymp ist ja bei Kingdom Hearts 2 eher Baustelle. Genauso ist eine neue Mission in Hollow Bastion verfügbar. Ach, bestimmt wegen dem Buch von Pooh und Twilight Town. Dann gucke ich erstmal hier rein. Ich nehme mal an, dass das Poohs Buch war, weil ansonsten hätte sich das Level ja auch angepasst. So, wollen wir doch mal reinschauen. Zuallererst hatten wir ja Pooh gefunden. Jetzt letzte Folge hatten wir Ferkel. Wobei Eule da auch vorkam. Na, gucken wir, wer jetzt kommt. Hm, wenn ich das Feld schon sehe, dann kann das ja nur Rabbit sein. Das Ballonspiel hatte ich zwischendurch auch nochmal gemacht. Oh, Esel ist auch mit dabei. Oh, ich habe es in die Hände. Komm schon. Eeyore, Pooh, bist du okay? Oh, das ist zu schlecht, Eeyore. Nach all diese Arbeit. Kein Problem. Kein Problem, wahrscheinlich würde es fallen down, irgendwie. Well, ich werde dir helfen, Eeyore fixieren. Oh, hello there, Piglet. Thanks for offering. And hello, somebody I don't know. Boo, this is Eeyore. You know Eeyore, don't you? Eeyore. Um, I do? What could have happened to him? Oh, I have an idea. Maybe Pooh's tummy is so rumbly, that it's making him forget. If we bring him some honey, he's sure to remember. Well, I guess it's worth a try. Might work, but probably not. First we gotta find some honey. If honey is what you're looking for, I know just the place. Follow me. Der ist immer so trübselig. Okay, bei Rabbit kommt man scheinbar nicht rein. So, das große wird wahrscheinlich wieder die Karte sein. Charmeurring zieht Kugeln um einen herum an. Das ist das erste Mal, dass wir so eine große Kiste hatten, wo da noch ein Item drinnen war. So, ist hier noch was? Nein, hier ist noch das Puzzleteil. Was stand da? Cabbage. Der hat von dem ganzen Krachen nichts mitbekommen. Das ist der Ort, den ich dir erzählt habe. Wow, schau mal an das. Wie lecker für meinen Mund. Aber, ist das Honey nicht jemandem? Oh nein! Mein Honig! Puh, hast du etwa all mein Honig gegessen? Oh, hallo. Schön, dich kennenzulernen. Was hast du gesagt? Ist der auch für mich? Und ich war mir sicher, einen sicheren Platz dafür gefunden zu haben. Entschuldige, das ist unsere Schuld. Wir haben Puh mit dir hergebracht. Oh, hallo Sora. Schön, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch. Und die Sache tut uns echt sehr leid. Ach, ist schon in Ordnung. Ich weiß ja, dass Puh nicht mehr zu halten ist, wenn er erst einmal so hungrig ist. Entschuldige, wer immer du bist. Gibt es vielleicht noch mehr? Geht es dir auch gut, Puh? Kann es wirklich sein, dass du mich ganz und gar vergessen hast? Was um alles in der Welt ist hier nur los? Gibt es noch mehr Honig? Mein Beuchler und Korten, nämlich müsst ihr wissen. Das muss es sein. Er ist so hungrig, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Das denken wir auch. Dann lasst uns diesen Bären mal ordentlich Honig auftischen. Ich wollte mir nicht zu viel davon versprechen. Aber ich dachte, Puh hat schon all deinen Honig gegessen, Rabbit. Ich habe noch mehr. Notration für den Fall der Fälle, aber ich habe sie gut versteckt. Das ist bestimmt das Spiel, was wir jetzt machen müssen. Das ist ja lustig. Okay, springt wieder von alleine. Im Treib bin ich wirklich schnell. Aus mich ist man sieht gar nichts. Und es geht schneller. Das Spiel ist vorbei, wenn... Was ist denn im Geschichtsbuch raus? Wenn man keine Versuche mehr hat... Ich vermisse irgendwie eine Punktenanzeige. Was hätte ich da gerade drücken können? Was war nochmal Dreieck? Ich habe es schon wieder vergessen. Da sind wir jetzt im Weihnachtsland. Oh oh. Ist ja lustig, dass der Fall mir sagt, wo ich hin muss. Irgendwas habe ich... Ah, der hat es bekommen. Oh nein, Puh. Du bist mir so gut mit jemandem, jemandem. Einmal wurde ich schon getroffen. Was war mit meinem Kopfschmerzen? Oh nein, Puh. Was war mit meinem Kopfschmerzen? Der Name? Da jetzt, Poo. Habe nur so viel, wie du möchtest. Oh, danke. Pardon me, kind somebody, but do you know where I might find another smackerel or two of honey? My tummy seems to be telling me there's some honey right in there. Mother, I'm stuck. Ah, he still doesn't remember. What in the world has gotten into Pooh Bear? Whatever it is, we better help him. Oh, yes. And quickly, too. Oh, stuff and fluff. One, two, three. You're okay now, Pooh. Well, I wouldn't be so sure of that if I were you. Why, just, just look at him. He doesn't even remember who I am. Perhaps it's all this blustery wind, or, or maybe he's actually needs more honey, or he's, he's sleepwalking and, and dreaming. Well, if I am dreaming, which I suppose I could be, I hope that I get to the part where you invite me to lunch again very soon, Rabbit. That's right. You're always stopping by for lunch. Wait. Pooh, you called me Rabbit. Well, of course, Rabbit. What about Eeyore? Do you remember Eeyore, too, Pooh? Oh, hello there, Eeyore. It's ever so nice to see you today. Thanks for noticing me, Pooh Bear. And hello to you, too, somebody I don't know. Well, at least you remember Rabbit and Eeyore now. Wäre auch das geschafft. Warum lädt der gerade so lange? Bestimmt beamt er mich aus dem Buch raus. Ich würde aber gerne nochmal reingenommen und gleich nochmal den Highscot zu machen. Das ging ja ganz gut gerade. Er hat mich tatsächlich rausgebeamt. Es ist schade, dass man für den Abschluss immer nie was kriegt, dass das wirklich nur so kleine Lückenfüller-Episoden sind. Ich bin der Meinung, dass man bei Kingdom Hearts 1 für jeden Abschluss irgendwie einen Zauber oder irgendwas bekommen hatte. So, wir fehlten jetzt eigentlich noch Tiger und das kleine Känguru-Ding. Ah, okay, also mit ihm spreche ich um das Ding nochmal zu machen. Ich wollte gucken, ob hier noch vielleicht eine Kiste liegt. Nö. Wo ist denn sein Haus überhaupt? Ist doch gar nicht mehr da. So, klar gehen wir. Doch diesmal reite ich auf Puh und nicht andersrum. So, jetzt zählt er auch die Punkte oben. Das eben war nur... Ich musste zum Ziel kommen, quasi. Einen Punkt liegen lassen. No. Bei den letzten mussten wir 18.000 kriegen. Ganz gut, jetzt die Strecke zu kennen. Und so wissen, dass ich den damit auch sammle. So, meinen ersten Fehler hatte ich, glaube ich, hier am Ende, ja. Der Radius des Einsammelns ist auch echt groß. Ah, ne. Genau wie vorhin. Scheiße. Buh. Ah, so viel Punkte. Kacke. Perhaps a bit more. Das geht abwärts. Hm. Ich brauch bestimmt 10.000. Ich geh mal auf Beenden und guck mal kurz ins Jiminy's Tagebuch rein. Ne, da stehen nur die Minispiele bei Aufgaben, muss ich gucken. Halloween Town. Hundert Morgenwald. Achttausend oder mehr. Na gut, dann haben wir's ja doch schon. Jetzt hoffte man sich so einen Fehler erlauben. Ich kann so hoch springen schon, aber leider noch nicht hoch genug, um an einige Puzzleteile ranzukommen. So, haben wir das auch geschafft. Beim nächsten Mal kommt dann Tigger. Und vielleicht gibt's ja auch wieder eine Mission mit Eule. Wobei man den ja schon gesehen hatte, aber ich glaube, Poe hat nicht direkt mit ihm gesprochen. Weil der Poe dann mit dem Luftballon schon wieder weg war. So, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder Pause. Und beim nächsten Mal gucke ich erstmal in den Hades, bevor ich da nach Twilight Town gucke. Also danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.